Hallo zusammen, ich bin Nico und ich mache die Ausbildung zum Gebäudetechnikplaner Fachgebiet Heizig. Ich befinde mich hier gerade auf der Baustelle Sonnyglas. Ihr seht hier Heizzentrale mit Umweltspumpen, mit Erleitungen, mit Isolation, Thermometer, Kugelhäden und auch hier haben wir noch Plattenwärmetauscher. Vor mir sind die Pläne und wenn auch du auf so einer coolen Baustelle sein möchtest und die Ausbildung als Gebäudetechnikplaner möchtest, dann bewirb dich doch bei der Laubre Visa.